Heute gehen wir so tiefgründigen Fragen nach wie, wie kann etwas gleichzeitig zu teuer und der Preis-Leistungs-Sieger in seiner Produktkategorie sein, wenn es mehr als eine Sache gibt. Wie kann etwas veröffentlicht werden, auf das ich lange gewartet habe und gleichzeitig meine Hoffnungen erfüllen und enttäuschen? Es geht um das Studio-Display von Apple. Das ist keine Überraschung, das stand im Titel dieses Videos, um eine subjektive Erfahrung damit, als jemand, der jahrelang an einem ultra-widen Monitor gearbeitet hat und der genauso lange auf ein hochauflösendes Display gewartet hat, das nicht Mist ist oder 6.500 Euro kostet. Heute beleuchten wir das Studio-Display und für welche Zielgruppe es zwar nicht das Beste ist, was passieren konnte, aber trotzdem ganz gut. Und warum alle anderen nicht verstehen werden, dass man zwischen 1.750 und 2.460 Euro für einen 27-Zoll-Monitor ausgibt. Und da ich das getan habe, wollen wir heute mal anfangen, die Kohle mit diesem Video wieder reinzuholen und gleichzeitig etwas Licht in Apples Monitor-Situation zu bringen. Viel Spaß! Der wichtigste Punkt in der Einleitung eben war das Wort hochauflösen. Das war mein LG 34 UCW 95 irgendwas. Auf jeden Fall nicht. Der hatte eine Auflösung von 3440 mal 1440. Bei einem 34 Zoll Ultra-Wide kommen wir damit auf die ziemlich üblichen 109 Pixel pro Inch oder ungefähr 43 Pixel pro Zentimeter. Das bedeutet, dass du aus einem normalen Betrachtungsabstand durchaus die einzelnen Pixel erkennen kannst. Und Apple hat damals mit dem ersten Retina iMac die Auflösungsmesslatte ziemlich genau auf das Doppelte von dem gelegt. 218 ppi. Das ist genau das Doppelte. Bei den iPads und iPhones ist das, was Apple Retina-Auflösung nennt, etwas höher, weil das Auge ja näher dran ist. Die grobe Messlatte ist aber immer, dass normale Menschen mit normaler Sicht aus normalem Abstand keine einzelnen Pixel erkennen können. Wenn dir die Schärfe wichtig ist, sodass du Text ohne Pixel lesen kannst, dann hattest du bisher ein schwieriges Leben. Außer du hast dir einen iMac gekauft, der hatte das einfach eingebaut. Aber ein zusätzliches Display oder einen externen Monitor zu kaufen war eine, ich würde nicht unbedingt sagen schmerzhafte, doch vielleicht eigentlich doch, es war eine schmerzhafte Erfahrung. Wenn dir das völlig egal ist, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst einen 27 Zoll Monitor für einen Bruchteil des Geldes. Musst aber eben auf furchtbare Schrift gucken. 2016 brachte LG dann den LG Ultra Fine 5K irgendwas auf den Markt. Der enthielt das gleiche Panel, das wir auch an Apple für den iMac verkauften, in einem hässlichen und billig wirkenden Gehäuse auf dem wackeligsten Fuß, den je ein Mensch für einen Monitor konstruiert hat. Ich meine, in der einfachsten Ausführung muss ein Monitorfuß genau eine Sache machen. Den Monitor hochhalten. Einigermaßen stabiler, wenn es geht. Aber der Monitor bot immerhin eine Stromversorgung von Laptops über das Thunderbolt-Kabel, eine mäßige Webcam und unterirdische Lautsprecher. Die erste Generation sorgte dann bei vielen Nutzern auch noch dafür, dass das Wi-Fi an den Geräten nicht funktionierte. Und eine zweite Hardware-Revision hat das zwar gefixt, aber hat bis heute Zuverlässigkeitsprobleme wegen irgendwelcher mäßiger Lötstellen und Platinenprobleme. Was weiß ich. Zwischendurch gab es auch von Dell irgendwie einen Monitor mit einem 5K-Panel mit vergleichbaren Eckdaten. Der ist aber irgendwie sehr schnell vom Markt verschwunden und war nie so richtig gut verfügbar. Und der kleine 4K-Bruder von dem LG Ultra Fine, also der Ultra Fine 4K mit ebenfalls 218 ppi, wurde auch schon vor längerer Zeit eingestellt und ist quasi nicht mehr zu bekommen. Also insgesamt sieht die Welt nicht sonderlich rosig aus, wenn das deine Anforderung an einen Monitor ist. Und deswegen beknieten alle Apple doch wieder selbst in den Monitor-Markt einzusteigen und was Besseres anzubieten. 2019 hat Apple das dann auch getan. Ein bisschen wie Menschen, die dich absichtlich falsch verstehen, brachten sie einen besseren Monitor auf den Markt. Der hatte die gleichen 218 ppi-Auflösung, war jetzt allerdings 32 Zoll groß, mit HDR-Funktionen, die damals in deutlich kleineren Monitoren eher 30.000 Euro kosteten und da nur für ein paar Minuten angezeigt werden konnten. In diesem Monitor aber für den Dauereinsatz ausgelegt. Und weil er sich an Profis mit teilweise genauen Bestimmungen für den Arbeitsplatz richtete, ohne eingebaute Lautsprecher oder Webcams. Oder einen Fuß im Lieferumfang. Und mit dem kleinen Haken, dass die Möhre 5.500 Euro kostete. Also schon gut für das, was sie war, aber 5.500 Euro. 6.500, wenn du ihn mit einer schwierig zu reinigenden, aber farbechten, matten Nanotexturoberfläche haben wolltest. Und 1.100 Euro, wenn du einen einfachen Fuß von Apple mit Höhenverstellung dazu kaufen wolltest. Das ist jetzt also das Marktumfeld, in das das Studio-Display reingeboren wurde und wo es seinen Platz finden muss. Es soll die Wünsche unzähliger Mac-Kunden, die am iMac ein zweites Display wollen, einen externen Bildschirm für ihren Laptop oder einfach einen schönen, zuverlässigen Bildschirm für den Mac Mini oder den Mac Pro haben wollen, aber keine verrückten HDR-Funktionen brauchen sein. Oder so. Und keine 5.500 Euro ausgeben. Und, tadaa, hier ist er. Es ist ja alles nicht so richtig auf Pakete dieser Größe vorbereitet. Damit habt ihr schon mal die Antwort auf die Frage, warum ich mir das XDR nicht kaufe. Es passt hier einfach nicht. Hier sehen wir den Bildschirm von vorne, hier sehen wir den von der Seite und hier von hinten. Ja, ihr überschätzt den Platz denn nicht haben. Wie soll das denn klappen? Hier ist noch ein Karton. In diesem Karton ist vermutlich das Thunderbolt-Card, korrekt. Es gibt die schwarzen Sticker. Und dann gucken wir uns das hier nochmal an. So, hier hinten. Höhenverstellmechanismus. Wenn ich schon viel Geld ausgebe, dann wenigstens so, dass mein Nacken das Ganze überlebt. Und dann ist hier noch diese Kiste dran. Da dürfte das Stromkabel drin sein, genau. Und hier. Das ist das gute Stück. Es ist auf jeden Fall der, ich würde sagen, zweitstabilste Monitor, den ich hier hatte. Nach dem Mini-Thunderbolt-Display von damals, dem Cinema-Display. Allerdings kann man das hier höhenverstellen, was schon mal ein riesiger Pluspunkt ist, den ich aber auch teuer bezahlen musste. Muss man fairerweise sagen. So, jetzt wollen wir aber alle wissen, diese drei Punkte bedeuten offenbar, dass er bootet. Das Ganze ist ja im Inneren ein veraltetes iPad, das jetzt gebootet ist, gebootet wird. Wie auch immer, ich hole mal eben meinen Laptop. Ich habe nämlich nicht dran gedacht, dass ich diesen Monitor ja vielleicht auch irgendwo anschließen will. Aber jetzt liegt hier alles voller Kartons. Hier rein. Ja gut, erster Eindruck. Ist ein Monitor, ne? So, das etwas ausgiebigere Testergebnis nach 10 Tagen oder so ist etwas differenzierter. Der Monitor ist weitgehend gut. Es ist am Ende des Tages auch einfach das Panel aus den IMAX, die nicht mehr verkauft werden, mit einer etwas helleren Hintergrundbeleuchtung von 600 statt 500 Nits. Da bekommt man wohl irgendeine niedrigklassige HDR-Zertifizierung oder was weiß ich. Apple spricht jedenfalls nirgends in seinem Umfeld von HDR. Also, es ist etwas heller oder es kann etwas heller sein als die 27 Zoll IMAX. Was das Display nicht ist, ist alles, was Apple jetzt verrückt in seinen verbauten Displays in anderen Produkten macht. Zum Beispiel im iPad Pro, den neuen MacBook Pros oder auch im Pro Display XDR. Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung und nicht wie mein MacBook Pro tausende kleine LED, die einzeln an- und ausgeschaltet werden können, um damit in einzelnen Bereichen Schwarzwerte wie ein OLED erzeugen zu können. Im direkten Vergleich mit dem MacBook Pro sieht das Studio Display deswegen bei dunklen Inhalten einfach schlechter aus. Immer noch gut und einigermaßen gleichmäßig, aber es ist bei weitem nicht der gleiche Kontrast- und Dynamikumfang wie im MacBook Pro. Ich fürchte, das Ganze wird hier in einem Nicht-HDR-Video ein bisschen schwer zu transportieren. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und das MacBook Pro Display in diesem dünnen Deckel kann bei HDR-Inhalten bis zu 1000 Nits hell werden auf dem ganzen Bildschirm. Oder 1600 Nits in kleinen Bildbereichen irgendwo in der Reflexion oder einem Lichtpunkt. Hier sind es maximal 600. Der Effekt, dass HDR-Inhalte in einer Website zum Beispiel wie ein helles Fenster in eine andere Dimension wirken, entfällt mit dem Studio Display. Das ist natürlich besonders dann schade, wenn du den Bildschirm neben deinem MacBook Pro als externen Bildschirm benutzt. Dann hast du einen 14- bzw. 16-Zoll-Bildschirm, der in allen Belangen besser ist und sogar bis zu 120 Hz Bildwiederholrate bietet, während das Studio Display bei 60 Hz festgenagelt ist. Aber offenbar war so ein Panel in dieser Größe noch nicht drin oder zu teuer. Selbst das dreimal so teure XDR-Display kann ja in einigen Belangen nicht mit den MacBook Pro Displays mithalten. Und hat zum Beispiel ebenfalls keine schnelle Bildwiederholrate, hat weniger LED, ist deutlich dicker und hat aktive Lüfter verbaut. Genau wie dieses Display übrigens. Also ich habe die im Praxisbetrieb nicht wahrnehmen können, also außer wenn ich mein Ohr direkt hier oben auf die Luftauslässe gelegt habe. Aber man kann hier so ein bisschen manchmal einen leichten Luftzug wahrnehmen. Was das Studio Display hat, was ein sehr viel teurerer Halbbruder nicht hat, sind Komfortfunktionen für den Alltag. Eine Webcam, Mikrofone, Lautsprecher. Das ist sowohl bei zugeklapptem MacBook als auch am Mac Mini oder dem neuen Mac Studio natürlich sehr angenehm. Zumal der große iMac ja offenbar Geschichte ist. Zur Steuerung dieser Komponenten ist ein A13-Prozessor verbaut mit 64 GB Speicher. Also offenbar wurden hier alte iPad-Innereien in die Kiste geschraubt. Das ist sozusagen das größte und gleichzeitig mieseste iPad, weil du keine Apps installieren kannst und es keine Touch-Oberfläche hat. Apple nutzt das Geräterecycling hier, um Mikrofone, Boxen und Webcam mit Software zu steuern, wie wir das von den iOS-Geräten können. Und das Ganze funktioniert durch Wachsen. Der Klang der sechs verbauten Lautsprecher hier drin ist ziemlich beeindruckend. Ich habe auf meinem Schreibtisch zwei Audio Engine A2 Plus und die klingen schon noch etwas besser und vor allem breiter, weil sie weiter auseinander aufgestellt sind. Aber bei niedrigen Lautstärken ist der Monitor relativ nah dran. Zugegeben etwas weniger Bass und wenn du dann ein bisschen weiter aufdrehst, dann gehen die beiden schon ein bisschen mehr auseinander. Aber ich denke, dass einfach für sehr viele Leute im Schreibtischbetrieb die eingebauten Boxen reichen werden und es dann einfach ein bisschen aufgeräumter aussieht. Nicht so gut funktioniert das bei der Webcam, gerade bei schlechteren Lichtverhältnissen. Und während der Klang der Mikrofone wieder super ist, ist das Bild einfach matschig, rauschig und flach. Apple hat gesagt, dass sich hier im letzten Moment irgendwie ein Softwarefehler eingeschlichen hat und dass das mit einem Update besser wird. Theoretisch sollte das in Maßen möglich sein. Die Kamera ist die gleiche wie die Frontkamera der aktuellen iPads, die Center Stage haben. Also es ist ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv und die Software, die auf dem Chip läuft, erkennt, ob du oder mehrere Leute da zu sehen sind und verschiebt den Bildausschnitt entsprechend und rechnet die Verzerrung der Weitwinkellinse raus. Und bügelt dann noch jede Menge Nachbearbeitung über das Bild. Und das ist tatsächlich für das Neigen des Bildschirms auch eine sehr nette Funktion, weil du einfach im Bild bleibst. Allerdings haben alle iPads mit dieser Funktion auch deutlich neuere Prozessoren und damit deutlich neuere Versionen von Apples Bildbearbeitungs-Coprozessoren an Bord. Also hoffen wir, dass der A13, der hier drin verbaut ist, das mit einem Software-Update hinbekommen kann. Auf der anderen Seite muss er hier drin ja nichts anderes tun, als sechs Boxen, eine Webcam und drei Mikrofone zu steuern, während er auf dem iPad ja noch die eigentliche iPad-Sache machen muss. Schauen wir mal, was das Update bringt. Allerdings ist es eben eine 12 Megapixel, sehr weitwinklige Kamera, wo dann ein Bildausschnitt rausgeschnitten wird und je nach Betrachtungsabstand ist es nur ein sehr kleiner Teil. Also erwarte keine Wunder von dem Update, die wird es einfach nicht vollbringen können. Es wird vielleicht das Rauschen noch etwas reduzieren oder die teilweise flauen Bilder mit etwas mehr Kontrast versehen, aber es wird keine gute Webcam werden. Und am Ende des Tages reicht mir die Kamera aus, um hin und wieder damit mal eine Videokonferenz abzuhalten und nicht auf die im MacBook Pro irgendwo viel zu weit unten liegende Kamera angewiesen zu sein. Aber wenn dir dein Bild wirklich wichtig ist, dann wirst du nicht um eine externe Kamera rumkommen. Das ist schade, da hätte ich tatsächlich etwas mehr erwartet. Wenn das Update da ist, mache ich vielleicht hier auf dem Kanal nochmal ein Short-Video, wo ich den Unterschied zeige. Abonnier den Kanal, um dieses aufregende Update nicht zu verpassen. Ansonsten haben wir hier auf der Rückseite... Ne, hier. Ansonsten haben wir hier auf der Rückseite noch drei USB-C-Ports, die maximal 10 Gigabit liefern und den Thunderbolt-Portanschluss zum Anschließen des Monitors an den Laptop, iPad, Computer, wie auch immer. Wenn du ihn an einen Laptop oder ein iPad anschließt, dann kann der über dieses Kabel auch bis zu 96 Watt Strom liefern. Du brauchst also nur ein Kabel von hier zum Computer oder zum iPad zum Laden des Geräts für die Datenverbindung zu den ganzen angeschlossenen Sachen und das 5K-Bild. Bei meinem 14 Zoll MacBook Pro reicht es auch fürs Schnellladen, beim 16 Zoll immerhin zum normalen Laden. In jedem Fall sparst du dir, an deinem Schreibtisch ein weiteres Netzteil haben zu müssen. Ich habe hier, wie gesagt, die Version zum Höhenverstellen. Das Basismodell lässt sich nur neigen und entspricht dann ungefähr der niedrigsten Stellung hiervon. Das bleibt ein generelles Problem bei Apple-Monitoren und den iMacs, dass sie für den Großteil der Nutzer einfach zu niedrig sind. Da solltest du also für gesunde Halswirbel das Ganze auf ein Podest oder auf irgendwas stellen. Oder du zahlst eben die 460 Euro Aufpreis für die Höhenverstellung, so wie ich das gemacht habe. Und darum lasse ich jetzt YouTube hier, bevor wir zur Praxis im Alltag kommen, nochmal Werbung einblenden. Achso, alternativ kannst du ihn auch mit Weser-Adapter kaufen und dann schraubst du ihn an den eigenen Fuß- oder Monitorarm für den gleichen Preis wie den nicht verstellbaren Fuß. Deutlich günstiger ist hierbei übrigens die Nanotextur-Oberfläche geworden. Im Gegensatz zum großen Bruder kostet die hier keine 1000 Euro, sondern nur 200 Euro Aufpreis. Die hilft so ein bisschen gegen Reflexionen. Aber hier in meinem dunklen Dachgeschoss ist das tatsächlich kein Thema. Und darum nahm ich eher für etwas brillantere Bilder die Hochglanz-Oberfläche. Aber wie ist jetzt das Leben mit einem schärferen, kleineren Monitor in der Praxis? Was ist besser? Ultra-wide oder ultra-sharp? Curved oder eingebaute Webcam? Und im Vergleich zu dem Bildschirm, mit dem ich in den letzten 5 Jahren oder so gearbeitet habe, ist der neue auf jeden Fall deutlich schärfer, bietet aber weniger Platz. Und das ist wahrscheinlich nicht mal so ganz richtig, wenn man den in die höchste Skalierungsstufe stellt, dann bietet der vermutlich ungefähr genauso viel Platz, ist aber viel zu klein und ungünstig verteilt. Denn diese Bewegung ist auf Dauer einfach sehr viel angenehmer und gesünder als diese. Evolutionär haben wir eher die Steppe beobachtet und nicht den Himmel oder so. Ja, bei manchen Arbeiten ist das eine Umgewöhnung. Gerade wo ich vorher angenehm drei Dokumente nebeneinander offen hatte. Zwei passen hier auch problemlos drauf. Außerdem hat es ungefähr 5 Tage gedauert, bis mir der Bildschirm nicht mehr nach vorne gewölbt vorkam. Jahrelang auf ein Curved-Display zu schauen, hinterlässt offenbar Spuren ganz tief hinten im Gehirn. Ich muss sagen, dass das hier auf jeden Fall für einen Nicht-Curved-Bildschirm für mich die Grenze ist. Ein gebogener Bildschirm ist bei großen Größen einfach angenehmer, weil der Abstand der Pixel zum Augapfel gleich bleibt. Hier sind die Ecken einfach weiter weg als die Mitte. Und was damals bei Fernsehern einfach Quatsch war, weil auf drei Meter aufwärts Abstand das einfach egal ist, ist bei großen Monitoren schon sehr, sehr angenehm, wenn man sich an die Curvung gewöhnt hat. Habe ich das wirklich gesagt? Aber wahrscheinlich friert eher die Hölle zu, bevor Apple einen Bildschirm wölbt. Zumal das bei einem Referenzmonitor wie dem 32 Zoll XDR auch noch ganz andere Probleme mit sich brächte. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass mich das beim Videoschnitt stören würde, aber da ist es tatsächlich überhaupt kein Thema. Da sehe ich jetzt einfach ein bisschen weniger von der Timeline als vorher. Das klappt im Normalfall auch auf dem 14 Zoll ganz gut, wenn ich nicht gerade mit mehreren Kamerawinkeln arbeite. Wie gesagt, wo es eher so ein bisschen stört, ist beim Arbeiten mit vielen gleichzeitig geöffneten Fenstern, das war auf einem 34 Zoll Ultra Wide einfach ein bisschen angenehmer. Es ist aber ein guter Monitor, den ich am MacBook Pro allerdings als einzigen Bildschirm verwendet habe und nicht wie früher in meinem bisherigen Leben mit Laptops mit externen Bildschirmen als zusätzlichen Monitor. Einfach um weniger einen Bruch zwischen der Displayqualität zu haben. Also einen visuellen. Der Preis von 1750 Euro wirft schon ein paar Fragen auf, also verglichen mit dem 2300 Euro iMac 27 Zoll, der vorher verkauft wurde, der mehr oder weniger das gleiche Panel hatte, nicht ganz so hell wurde, dafür einen Computer eingebaut hatte. Zugegeben mit etwas schlechteren Lautsprechern und Mikrofonen und einer anders schlechten Webcam. Aber der mäßige LG Ultra Fine kostet auch noch 1300 Euro und wenn ich jeden Tag mit einem Gerät arbeiten will oder soll oder muss, dann würde ich die Differenz, die der hier kostet, jeden Tag dafür auf den Tisch legen, um alleine einen stabileren Fuß zu haben, der mich nicht wahnsinnig macht, wenn ich mal am Tisch wackele. Für zuverlässigere Hardware, gut, das muss ich noch zeigen, da projiziere ich jetzt eher meine Erfahrungen mit bisherigen Apple Displays, die ich teilweise 10 Jahre benutzt habe und dann noch für einen guten Preis verkaufen konnte. Die besseren Lautsprecher, die ich zugegeben nicht nutze und die noch etwas bessere Integration in die Apple Welt. Außerdem habe ich eben geschaut und du kannst für das gleiche Geld bei Dell für einen 4K 27 Zoll Monitor noch weniger Helligkeit bekommen. Der bietet ergonomisch zugegeben etwas mehr, aber das Studio Display ist im Vergleich dann preislich nicht völlig jenseits von gut und böse. Also zumindest bevor man 460 Euro für eine Höhenverstellung einwirft. Ist das Studio Display alles, was ich mir von ihm vor seiner Ankündigung erhofft hatte? Nein. Ist es der günstigste Monitor, wenn du nur auf die technischen Daten schaust? Nein. Ist es ein schlechtes Angebot? Auch nicht, aber auch kein so richtig gutes. Es ist ein solides Produkt in Apples Produktpalette, allerdings auch nicht mehr. Aus den Socken haut der mich nicht und ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht als ein Panel, das mehr oder weniger das gleiche ist wie in dem 8 Jahre alten Retina iMac. Das wird vielleicht doch ein Micro-LED-Display bekommen, auch wenn es dann etwas teurer ist. Aber es ranken sich ja auch schon die ersten Gerüchte um ein neues Studio Display Pro. Denn so ganz will auch das XDR, das Apple weiterhin verkauft, nicht mehr in die Welt passen, in der die Bildschirme ihrer Laptops existieren. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was an der Bildschirmfront passiert. Das hier ist auf jeden Fall eine gesunde Basis. Und wenn ich mir irgendwann ein Studio Display XDR daneben stellen kann, habe ich auch wieder den Platz und vielleicht gibt es dann diesen Kanal auch in HDR oder so, wenn es irgendwie hilft. Alle denen, die die Auflösung ihrer Monitore nicht so wichtig sind, können jetzt mit den Augen rollen und einen Haufen Geld sparen. Für mich ist das leider vorbei und ich kann nicht wieder in die unscharfe Desktop-Welt zurück, aus der ich mich zum Glück am Schreibtisch vorher noch nicht verabschiedet hatte. Bis zu dem Tag, wo ich den hier aus der Verpackung genommen habe. Jetzt warte ich nur noch auf mein Mac Studio und da wird es sehr viel schwerer, meinen Kauf von mir selbst zu rechtfertigen. Abonnier den Kanal, wenn du den Versuch nicht verpassen willst. Und vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes an der Monitorfront. Irgendwas wie der spannende Alienware OLED Ultra Wide. Den mit einer brauchbaren Auflösung und vielleicht in einem Gehäuse, das nicht aussieht, als hättest du ein 8-jähriger Gamer entworfen. Wäre auch ganz interessant. Wie ist deine Monitorsituation und was hältst du vom Studio Display? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao.